so da sind wir wieder internet ist wieder da kann aber sein dass es wieder weg geht ach hattest du den pack aber warum sagst du mir nicht bescheid ich hab den so ja ich hab den so häufig bekommen ja gut jetzt habe ich den glaube ich nicht doppelt aber trotzdem habe ich überhaupt was damit die ruse die ruse für die hose und ich hab hier nix doch so geht noch weiter ich kann das tauschen was bekomme ich katzenohren geil geschäftsgeheimnis erfährung schafft freigeschaltet wird kann man mittlerweile die einschatz und so tauschen wasserhunde gesteckt nein ja das ist also das ist behindert extrem wie buggy ok mehr habe ich nicht habe ich doch gerade eine kiste gesehen naja gut habe ich mich habe ich mich verguckt ich dachte hier gerade irgendwie eine kiste gesehen wenn wir inventar oh anime bilder muss ich gleich mal gucken boah schade viel zu warte 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 internet bitte halt jetzt ein bisschen alter rik oh naja ja was denn ich mag sowas halt Schade, dass man nicht auch Kollegen mit so'n Turbo versehen kann. Oh, scheiße. Keine Chance abzuwärmen. Wäre ich gesprungen, hätte ich ihn auch nicht gekriegt. Hat er ihn noch mal schön's Obo gegeben. Für dich! Okay. Boah! Alter, das war richtig gut von dem! Und das war auch gut von mir! Äh, muss, muss. Für dich mache ich jeden Tag! Was? Hat er fällt? Naja doch. Hm. Klatsch. Wieso fall' ich eigentlich die ganze Zeit immer runter während der Kamera? Uiihihihi. Schade. Schadenrohnen sind so nötig. Schwabbel wabbel boah ey! Boah! Alter, die sind echt gut hier! Boah, nö! Ach, du hast Stacheln, ich auch! Ja, und ich hätte den auch draufgekriegt, wenn ich nicht getauscht braunde. Oh, der war gut! Boah! Hey, das sind meine Stacheln! Ey! Der hat mir meine Stacheln geklaut! Alter! Fuck! Boah! Wow! Aua! Mach was draus! Jaaa! Boah! Haha! Scheiße! Nein! Ich hab' doch gedrückt! Nein! Was? Der hat das Spiel sofort verlassen. Nyaaum! Ja, wieso hat doch keiner ne Parade gekriegt, ey? Hab' ja auch schon zehnmal gehabt, ey. Hm. Das ist doch nervig. Oh! Weil das war ausnahmsweise immer nicht mal. Hm. Normalerweise wäre das Internet jetzt schon längst ausgefallen. Vielleicht hab' ich heute mal Glück. Boah, Alter, ey. Das sind absolute Mega-Monster-Pros, ey. Ja, die sind gut. Boah! Boah! Wir hatten bis jetzt auch viel Glück gehabt, ey. Boah! Wir kriegen auch immer das, was sie... Ups! Was sie brauchen. Vorher ging das Mikrofon gedownert. Boah! Boah! Hey! Ey! Und der geht rein. Ne, leider nicht. Nee. Siehst du? Boah Alter, die sind wirklich immer da und haben immer alles, also die nächste Lobby gleich Hähnchen hat kein Kämpfergeist, du da, du da Na ja, das ist ja später so eine Menschen, die immer alles haben, was sie brauchen und so, und das geht auf den Zeichen Und wir haben dann auch noch so einen Idiot da im Team Ah, die spielen im Team supergut Die sind nicht mehr im Team, krass Ja, aber die haben immer alles das, was sie brauchen, das ist natürlich dann schön für die Das war schon gut, was sie da gemacht haben Machen, machen hier Alter Boah, die sind immer früher am Ball und so, also das verstehe ich nicht, das Da definitiv geht da was mit, nichts mit rechten Dingen zu, äh, genau, ehrlich Ja, das ist doch unruhig Boah Alter Danke für die Vorlage Ah, nack, nack, nack Sehr gute Vorlage Sah schon wieder so aus, als wenn der reingeht Ja, warte, nack, nack Was? Idiot Das war aber, Alter, du bist so schlau Ja, der, meiner wär auch reingegangen eigentlich Ja, konntest nix dafür, Alter, oah, das war so scheiß Das ist eine perfekte Vorlage, Alter. Oh, da wär so reingegangen, ey. Wir haben eine Amplischen, Alter, weiße. Beide Amplischen, Alter, weiße. Ja. Gleich eine neue Lobby fertig. Das ist für mich immer zu unrealistisch. Immer das zu haben, was man braucht, das geht gar nicht. Boah. Kommt rein! Muss man langsam wieder Haare schneiden. Neue. Gleich abrasseln den Scheiß. Mein Ball! Aua. Ey! Oh Mann. Der Dominos sieht cool aus. Eine Kiste! Eine Overdrive! Eine neue, ja! Oh, du... Oh, schade. So, mal gucken, was drin ist. Kannst du die eigentlich tauschen? Äh, ich guck mal. Hauswähl... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Hauswählen. Alter! Egal, warte. Ah, hier sind die... Ja, hier sind die... Ja, nix verraten, nix verraten, nix verraten. Ich will mich selbst überraschen. Boah, sehen die Autos geil aus. Ja, der eine sieht aus wie so'n... Warte mal, wie so'n... Ja, wie so'n... Der eine sieht aus wie so'n Formel 1 Auto. Das ist der Animus GP. Und der Centio ist... Wie heißt das hier? Alter, wie sieht der aus? Keine Ahnung, pervers. Ja, wie so'n... Wie so'n, äh... Ich sag mal, so'n... Nürnbergring-Auto, so... So nach dem Motto. So'n... Keine Ahnung. Oder hier... Was für Tor, wie heißt das hier? Alter! Ja, da bin ich ja schwammt. Aber da ist auch wieder Kacke bei. Viel Kacke? Ja, natürlich. Hat da so'n Lackierung bei, wie heißt das hier? So, ähm... Farbform-mäßig, so weißt du? Wie, äh... Wie zum Beispiel... Äh... Wie zum Beispiel Carbon und so weißt du? Oh! Nice! Anscheinend. Ja. Schau mal gucken, äh... Also... Da kann ich eigentlich... Wer nicht kriegt... Da gibt's eine... Du kriegst Müll. Eine Lackierung für'n Ender... Und eine für'n Octane, n Wolf. Wett nicht kriegt die Lackierung für'n Endo... Oder für'n Octane. Wett nicht! Na hoffentlich für'n Octane. Weil für'n Endo hab' ich ja schon was. Ja, ich auch. BZW. Oder warst du das? Ja, da hab' ich doch was. Ähm, äh... Wie hast du das hier? Beweg' die Lackierung. Achso, dann... Dann... Oh. Oh nein! Warum? Wenn ich das schon höre... Was? Du Arsch! Du absoluter Arschpix! Du fette... Nein! Alter! Wie kann man so'n scheiß Glück haben? Boah! Alter! Alter! Jetzt... Jetzt will' ich aber auch wirklich alles... Äh, wirklich sehr wieder... Alter! Sein Arsch! Boah! Alter, jetzt hätten... Boah! Alter! Alter! Doppel-Aus... Äh... Doppel-Arschlöcher! Fette Arschbacken! Flügel, die... Keiner... Von der Zwischentür zugemacht war ich wohl zu laut, Alter! Sorry, Alter! Sorry auch für die Zuschauer! Boah! War's nicht zu laut, aber... Ähm... Alter! Das Teil sieht geil... Was hast du denn... Achso, du hast... Ja... Alter, sieht das Ding geil aus! Ich muss aber... Nein! In die Garage geht nicht! So, warte mal... Das ist die erste... Ja? Boah! Sieht das fett aus! Besonders das mit diesen... Äh... Da einen Kotflügel vorne! Oh, Alter! Boah! Nice! Das sieht auch nicht schlecht aus! Liter? Ja... 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 So amerikanisch-mäßig... Sieht auch nicht schlecht aus! Mint! Oh, das... Oh, das sieht auch geil aus! Hey, so kann man es besser sehen! Oh, Streifen! Die sehen nice aus! Oh, ja! Dezent und nice! Sehr schön! Oh! Oh, ja! Ja! Aber ich nehm das hier! Oh! 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 Das würd ich dir natürlich! Alter... Alter... What... The... Fuck! Gibt es auch Felgen dazu? Boah sieht das krass aus, den lass auf jeden Fall so! Fuck! Ich will das Auto auch haben! Oder zumindest als andere. Das wär mir ja auch lieb. Alter! Das sieht so krank aus! Alter! Unfassbar! Die erste Kiste und gleich so ein Scheißglück! Das war genauso wie damals mit dem Takumi! Ja genau, das war meine erste Kiste glaub ich, ne? Eines seiner ersten Kisten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es direkt die erste Kiste ist. Ich weiß ja nicht, es gibt da viele Felgen, die man gewinnen kann. Aber... Ich glaub hier zum Felgen... Ne, ich glaub nicht. Ne. Okay, schade. Das ist unfassbar, ey! Ja, wie so ein Le Mans Auto sieht der aus. Ja, genau. Alter! Und das mit dem Felgen... Oh, Alter! Das sieht so brutal aus! Boah! Wie hört sich denn der Sound da von dem Wagen? Wollen wir wo... Ach, wie so ein Randwagen! Alter! Spacken! Hey, ich werd wahnsinnig, Alter! Unfassbar! Boah, wie das Heck aussieht! Das ist so brutal! So, ich würd sagen, wir fahren mal los, ne? Ja... Ey, was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ich glaub die, äh... Hä, hier explodiert nix. Hast du vielleicht noch... Ja, das letzte, was ich anhatte, war wie heißt der Tor-Explosion. Jetzt hab ich die ganze Zeit Tor-Explosion im Hintergrund. Alter! Alter! Ich glaube, ähm... Das letzte, was ich da... Äh, die letzte Runde... Oh, die vorletzte Runde, wo das Nintendo abgekackt ist, werde ich nicht mit reinschneiden. Alter! 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 Irgendwie gefällt mir die Lackierung nicht von meinem... Oh... Na, verlo... Ne... Das ist unfassbar! Das ist unfassbar! Andere Lobby... Hier wird nichts zu holen sein! Das ist unfassbar! Wie kann man noch so'n Scheiß-Glück haben? Und vor allem das Teil sieht so geil aus! Das ist der, den du haben wolltest, oder? Ja... Das ist der! Unfassbar! 波? Wir werden diese Autos niemals kriegen, BAM! Erste Kiste, erste neue Kiste, gleich das der erste rauskommt. Unfassbar. Roberto Messi! Es gibt geile Torexplosionen, du wirst dich richtig geil werden. Alter, was hat der für ein Gehnt? Aufsatz! Dachaufsatz, unser Kollege! Bing, bong, bing, bong. Darauf musst du mal achten! Der hat einen richtig coolen Dachaufsatz. So, so Augen, gab's die in der Kiste? Ähm, ich glaub nicht, ne. Ah, ne, auch Dachaufsätze gibt's, glaub ich, generell nicht in den Kisten. Okay. Hab das so ne Reg-In-Morti-Kiste, die es ist? Ne, kann gar nicht sein. Boah. Äh, wo ist er denn? Äh, da hoch muss er, äh, sehen. Ja, musst du mal drauf achten, wenn er, ähm... Ach, ne, so wirklich Mortis, so wenig. Hä? Keine Ahnung, was das ist. Das ist echt cool. Bing, bong, bong. Bing, bong. Da haben wir die nicht auf? Weiß ich nicht. Also ist mir aufgefallen, dass das Ding animiert ist. Dann. Boah, nicht schon wieder. Boah, das hat er gut gemacht. Es geht aber jemand, den vor mir einbauen muss. Der hat richtig vor mir einbauen. Boah, schade. Boah. Boah, schade. Boah. 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 Boah, das war riskant. Boah, das war ganz geil. Oh Gott, das war scheiße. Mein Ball. Oh, schön. Fast schön. Alter, ich hatte mal den Formel eingebauen. Scheiße. Ist ja auch vorbei gefahren. Ich glaube, dieser Facing hat... Deine Augenbar war. Ich höre die ganze Zeit... Wie so ein Formel-1-Auto. Das ist dein Auto bestimmt. Ach, das ist hier unser Teamkollegen anscheinend. Nee, kann man nicht sagen. Einer von den beiden ist das. Meiner ist das nicht. Ich höre ja meinen Sound und den von den anderen. Richtig. Wie so ein Formel-1. Wie früher die Formel-1, nicht wie heute. Schade. Ah ja, das ist unser Teamkollegen. Okay. Vielleicht kann es sein, dass du dann auch den Sound von deinem Auto jetzt auch freigeschaltet hast? Das heißt, ich habe mich drauf wie der Wagen heißt. Schade. Scheine��! Und immer rechts Anton .... Boah! Boah! Schön! Uah, Entschuldigung, EI! Du brauchst nicht gleich über mich rüber zu fahren. Boah, Schade. Schön. Schade. Aber ich glaube, ich bin der Erste, der den Wagen fährt jetzt, ne? Also ich hab noch keiner mit gesehen, du auch nicht, ne? Doch. Oder? Na, weiß ich nicht, ich... Weiß ich nicht, ich... Also den Formel 1-Folgen, wie gesagt, den haben wir zwei oder dreimal gesehen, aber den hab ich noch nicht, also ich nicht. Kann sein, dass wir den... Ja. Aber stimmt, ich glaube, den haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Arsch. Den werden wir nie sehen, das hat Rocket League gehört und, weißt du? Ja, und dann mal gemacht ihr so, damit wir nicht noch weiter zweifeln müssen. Ganz böse... Den hast du ganz böse verloren. Wieso hab ich den verloren? Eis ist? Bestimmt. Ne, hä? Ja, bestimmt war es Eis. Manchmal gibt es keine Animation dazu. Ja, sowas sollen die mal ändern. Ob man nicht die Bots rausnehmen. T купiert... Ich find die Dachaufsatz cool. Will ich haben. Schöne Vorlagen. Nice Alter, der sieht echt witzig aus, der daraus hat. Das muss irgendwie einer sein, den jeder hat. Ja, der hat den Sound. Alter, hört sich das gescheit an. Ich würde ihn wirklich gerne für meinen Wagen haben. Boah, schade. Oh ja, hört sich wirklich an wie so ein Formel-1-Auto. Boah, Alter, der hat ja aber gerade jeder. Arschloch! Jetzt sieht es jeder, mein Auto. Arschloch. Bats! Upsi-Busen. Sieht man gut. Zumindest die beiden Arschlöcher. Ja. Du Mutant, du hast zwei Arschlöcher. Oh, ich dachte. Apropos Mutant, ich muss mal langsam Switcher spielen. Switcher 3. Willst du übrigens ein Let's Play davon geben? Also schon mal vorgemerkt. Aber erst mal muss Final Fantasy geendet werden. Tja, das dauert aber bestimmt noch Jahre. Boah! Ach so. Eigentlich, und eigentlich wollte ich auch noch die Tales of Reihe machen. Mal gucken, vielleicht mache ich auch beides. Eigentlich müsste ich auch Witcher 1 und 2 spielen. Alter. Ja, sauber. Boah! Ups! Da hast du mir meine Vorlage genommen, die Wichser. Und das Tor von dem Kollegen. Ja, das ist eigentlich schlimm. Auch meine Vorlage. Mal, nicht schlimm. Alter, Glatt. Boah! Alter. Das war wirklich knapp. Ich muss mich nicht gewinnen, damit ich angeben kann. Scheiß Angeber. Mit dem Auto kannst du auf jeden Fall angehen. Kann man denn? Das ist ja unnormal. Also, das kenne ich nur wirklich nicht von Rogo. Versuch. Was ich Glück habe. Aber da sind tolle Sachen drin. Also, egal was man kriegt, außer die beiden Lackierungen, weißt du. Obwohl die mit dem Octane Wolf auch ganz... Ah, ganz geil! Aua! Ganz geil. Hast du aber die Vorcruhe? Ja, geil. Nice. Die Wolf ist natürlich auch cool. Aber die von dem Endo. Ich muss ja... Ja, gut, ich will mir jetzt sagen. Kann ich ja nichts anfangen. Endo wird man leider nie. Also, den werden wir wirklich gegen. Ja, ich glaube... Nee, die Kisten gibt's ja noch. Oh, was zur Helle. Oh, ich wollte gerade sagen, kommen wir los jetzt nicht ran, Rogi. Nee, das war alles in Ordnung. Oh, bitte Frustor. Bitte Frustor, bitte... Nein, ich wurde getauscht. Ich auch. Wow! Egal, wir haben gewonnen. Ich kann auch nicht. Ohohohoho, Alter, das ist so krank, das Auto. Unglaublich. Und wie viel kannst du noch aufnehmen? Äh, zwei locker. Gut.